Liebe Austria-Fans, am kommenden Mittwoch spielt ja die U19 in der Youth League und das entscheidende Spiel. Ich bin davon wirklich überzeugt, dass sie das schaffen. Erstens haben wir, weil sie ja schon Auswärts-Augwohner haben, deswegen werden sie das schaffen. Ist überhaupt sensationell und es sollte womöglich das Stadion gut gefüllt sein, weil das werden die Jungen brauchen und auf die können wir dann stolz sein, wenn sie es weiterhin schaffen. Danke.